jetzt muss er weltklasse technik man könnte durchaus ein fußballkünstler und gefährlich das ist eine fünfsterne Demontage, ich empfinde, schon fast so etwas wie Mitleid. Und damit hat er den Hedrick geführt. Er ist heute der Schrecken der Abwehr. Sie finden gegen ihn kein Gegenmittel. Schurz im dritten Beilicht. Die Spiele.